Moin und hallo zum Spieltags-Check vor dem Heimspiel gegen den FC Schalke 04. Ein richtiges Traditionsduell, denn die beiden Mannschaften treffen zum hundertsten Mal in der Bundesliga aufeinander. Natürlich hat die Umstellung des Spielsystems nicht direkt Früchte in Form von Punkten getragen, aber unser Selbstvertrauen, glaube ich, ist enorm gewachsen, weil wir gesehen haben, was wir können, weil wir davon auch nicht vergessen, spielt bestimmt noch eine kleine Rolle, weil wir den Leuten da draußen gezeigt haben, dass wir was können. Ich schweige Ihnen, dass wir irgendwie auch noch annähernd tot sind. Schalke ist unter der Leitung von Domenico Tedesco auf Champions League Kurs. Da waren wir eindruckt vom Spiel gegen die Hertha, muss man sagen. Da haben sie wirklich die erste Halbzeit die Berliner überrannt und auch überrascht mit sehr, sehr hohem Pressing, mit mutigem Spielaufbau. Das machen sie richtig gut. Auch mit Polarspec sind sie da sehr, sehr mutig und es wird oft dann auch belohnt, wenn du mutig bist. Untertitelung des ZDF, 2020